Das ist die Division 3, also die Liga drunter, aber trotzdem keine schlechte Liga. Und das ist der Tor für Deutschland nach 27 Sekunden. Kluge mit dem Bulli-Gewinn, dann selber abgefälscht da und dann den Rebound verwertet. Da sehen wir, glaube ich, Kluge macht es natürlich super, aber wir sehen auch, dass die Chinesinnen vielleicht dann nicht alleroberstes Regal sind.